Hallo Leute, heute wollte ich euch was erzählen über unreine Haut und Problemhaut. Ich habe früher ganz stark unreine Haut, picklige Haut gehabt. Jetzt habe ich natürlich nicht die perfekte Haut. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Haut, aber es ist schon um einiges besser geworden. Wer mich früher gekannt hat, der weiß, das war auf jeden Fall viel schlimmer. Also ich weiß nicht woran es lag, keine Ahnung. Es hat auch relativ spät angefangen, also es war jetzt nicht irgendwie in der Pubertät oder so. So ab, ja, ab 20, 19, 20 hat das angefangen, wurde sehr schlimm. War immer phasenweise mal schlimm, mal wieder besser. Und jetzt, also im Gegensatz zu früher, könnte ich eigentlich relativ zufrieden sein. Perfekt ist natürlich meine Haut immer noch nicht. Was ich euch auf jeden Fall rate, falls ihr wirklich richtig Probleme mit der Haut habt, Aknar oder ständig irgendwelche Pickel, die euch stören, geht zum Arzt. Ich weiß, es ist lästig. Keiner hat einfach zu viel Zeit dazu, um mal eben zum Arzt zu gehen, nur weil er Pickel hat. Aber er kann euch am besten helfen. Also ihr könnt Drogerieprodukte ausprobieren, ihr könnt machen, was ihr wollt. Es wird nicht besser sein, als zum Arzt zu gehen. Das habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe mit meiner Ärztin geredet und sie hat mir eine sehr gute Lösung vorgeschlagen und es hat auch wirklich geholfen. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe und ich rate wirklich jedem dazu, der Probleme hat mit der Haut. Ja, was natürlich jetzt das andere Thema ist, ist eher die Haut, die nur ab und zu Pickel hat oder die jetzt ab und zu ein bisschen, ja weiß ich nicht, nicht mehr so frisch ist oder so. Ich denke, keiner ist wirklich hundertprozentig zufrieden mit seiner Haut. Ganz wichtig ist immer für die Mädels vor allem abschminken. Für die Jungs natürlich auch, vor allem, falls ihr unreine Haut habt, Gesicht reinigen, morgens und abends. Auf jeden Fall, das muss sein, finde ich. Und an die Mädels nochmal abschminken, auch wenn ihr nach Hause kommt, es ist sehr spät, ihr habt keine Lust, ihr wollt ins Bett. Nehmt euch einfach vor, dass ihr das immer macht. Das dauert nicht lange und es ist wirklich sehr wichtig und sehr gut für eure Haut. Ja, ich habe jetzt vor allem das Problem, ich habe sehr trockene Haut und zu Unreinheiten neigende Haut. Das ist natürlich ganz blöd, weil Produkte, die gegen unreine Haut sind, trocknen meistens die Haut aus. Und Produkte, die Feuchtigkeit geben, ja, machen oft Pickel. Und ich war jetzt einmal bei Douglas und habe da einen Hauttest machen lassen, so eine Hautanalyse. Die machen die umsonst. Und rausgekommen, ich habe furchtbar trockene Haut. Ich muss auf jeden Fall reichhaltige Creme benutzen. Und das tue ich auch seitdem. Vorher war das Problem, ich habe immer Produkte gegen Pickel benutzt und habe immer gemerkt, meine Haut wird immer trockener und trockener. Jetzt gebe ich euch noch den Tipp, vor allem für die Mädels, die sich gerne schminken. Falls ihr mal ein Pickel habt, bitte überdeckt nicht mit ein Kilo Make-up den einen Pickel und der Rest des Gesichts ist dann natürlich. Natürlich, das sieht man, egal wie gut das Make-up ist, egal wie viel Mühe ihr euch gebt. Man sieht das einfach, wenn man sehr viel Make-up drauf klatscht, damit der Pickel zugedeckt ist. Bitte tut es nicht. Ja, und der letzte Tipp von mir ist, wirklich für Notfälle, falls ihr einen Pickel habt, der wirklich hartnäckig ist, also ganz tief in den tieferen Hautschichten, ich benutze dann diese Salbe. Die gibt es in der Apotheke. Das ist die Ilon Abszess Salbe, so sieht sie aus. Und zwar gebe ich die dann auf den Pickel drauf, punktuell, und ein Pflaster drauf und über Nacht lasse ich es dann einwirken. Das hilft wirklich gut. Der Pickel wird viel schneller heilen, aber das benutze ich nur bei Notfällen, also jetzt nicht bei jedem kleinen Pickel oder so. Ich weiß gar nicht, was das für Inhaltsstoffe beinhaltet. Also hier steht zwar was drin, aber kann ich halt nicht so wirklich entziffern. Aber es hilft. Ja, und das war es auch schon. Falls ihr Fragen an mich habt, stellt sie mir bitte, kommentiert mein Video. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Tschüss. Tschüss.